Hi, hier ist Matthias von der PraxisFamily. Heute geht es mal um das Thema Säuglingsnahrung. Wie ernähre ich mein Baby richtig, wenn es nicht klappt mit der Muttermilch? Ja Leute, die beste Ernährung für ein Baby ist die Muttermilch. Video Ende. Also es ist tatsächlich so, die beste Ernährung für ein Baby ist und bleibt die Muttermilch. Das ist so. Allerdings und das ist eben das Problem, es gibt einmal den Fall, dass die Mama einfach nicht genug Milch selber herstellen kann, dass es nicht reicht und dann muss man unter Umständen zufüttern oder es kann sein, dass die Mutter ausfällt, dass sie aufgrund von Krankheit oder anderen Dingen einfach nicht stillen kann. Oder vielleicht habt ihr auch ein Baby, dass ein Adoptivbaby ist, wo ihr sowieso nicht stillen könnt. Oder und es kommt ein großes wichtiges oder, oder eure Milch ist so giftig, dass man sie dem Kind nicht geben kann. Das ist kein Scherz. Es gibt da auch allerlei Untersuchungen schon, die mit Muttermilch gemacht wurden, mit erschreckenden Ergebnissen. Es gab eine amerikanische Untersuchung, die gemacht wurde mit, ich weiß gar nicht, um die 100, 120 verschiedenen Müttern, wo man die Milch untersucht hat und bei einem gewissen Prozentsatz der Mütter war die Milch so giftig, jenseits der Grenzwerte für toxische Level an Pestiziden, an Herbiziden, dass man das als Sondermüll hätte weg bringen müssen. Niemals hätte das in ein Baby reingedurft. Grundsätzlich gilt, ihr lieben Mamas, wenn ihr Amalgam Füllungen im Mund habt, also diese Quecksilber haltigen Zahnfüllungen, dann ist euer Körper mit Amalgam durch und durch durchsättigt mit dem Quecksilber und dieses Quecksilber entgiftet ihr dann auch in die Muttermilch hinein. Ihr entgiftet es auch ins Baby hinein, aber dann auch in die Muttermilch. Und grundsätzlich gilt in diesem Rahmen, dass man an Entgiftungsmöglichkeiten denkt. Das Wichtigste, was man da machen kann, ist die Entgiftung mit der Chlorella, also einfach Chlorella einnehmen, auch während ihr stillt. Und der Trick ist, dass man so viel Chlorella nimmt, dass die Milch leicht grünlich wird. Dann habt ihr tatsächlich genug Chlorella im Körper und dann entgiftet ihr sogar auch schon das Baby über die Milch mit, denn deshalb von euch mit Sicherheit dann im Bauch schon diese Toxine abbekommen, weil die sind leider Plazenta gängig. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, haben wir dazu mal ein spezielles Video gemacht. Ich verlenke das hier oben, da geht es ums Amalgam mit all den Möglichkeiten, das zu entgiften und da gibt es dann auch noch die Möglichkeit für einen Entgiftungskurs, glaube ich, den zu machen. Aber sei es drum. Fakt ist, stillen ist das Beste, wenn ihr nicht stillen könnt oder nicht stillen wollt wegen den Toxinen, dann gibt es tatsächlich die Alternativmöglichkeiten und das, was ihr klassischerweise angeboten bekommt, entsprechend dem Leitfaden in den Kliniken, die es so gibt in Deutschland, ist Kuhmilch. Es sind Kuhmilchprodukte verschiedener Hersteller und genau da fangen die Probleme an. Es gibt hinreichend Nachweise, dass Kuhmilch nicht für Menschen geeignet ist und schon gar nicht für Babys. Es ist richtig, Babys sind Säuglinge und die brauchen Milch, das stimmt. Aber die Kuhmilch ist nun mal nicht optimal von der Zusammensetzung, so wie die Muttermilch. Die Muttermilch ist halt für ein menschliches Wesen in der perfekten Zusammensetzung und Zusammenstellung und das ist die Kuhmilch leider nicht. Der Hauptunterschied besteht in dem Milchprotein. Das Protein der Muttermilch ist Beta-Lactoglobulin, das Protein der Kuhmilch ist vorrangig Alpha-S1-Lactoglobulin. Und genau das ist das Schwierige, denn der Körper des Menschen, der Körper eines Babys, aber auch eines Erwachsenen, scannt permanent nach Freund und Feind im Bindegewebe und im Blut. Die Milch, das Milchprotein hat die besondere Eigenschaft, dass es die Darmwand des Körpers durchfließen kann, ohne dass die Proteine in Aminosäuren zersetzt werden müssen. Das ist so eine Sonderpassierschein der Milch. Und wenn die Milchproteine, die Darmwand passieren und so ins Lymphsystem hinein gelangen, dann muss das Immunsystem das zunächst mal scannen, weil das halt ein komplettes Protein ist. Es könnte ja auch eine Bakterie sein oder irgendwas in der Richtung. Und wenn es dann nicht körpereigen ist, wird es als feindlich erkannt und erst mal angegriffen. Das bedeutet, es gibt durch die Kuhmilch ständig irgendwelche Immunaktivitäten im Körper. Die können dann so weit gehen, dass der Körper anfängt, Autoimmunerkrankungen zu entwickeln. Hauterkrankungen, Psoriasis, Neurodermitis, Asthma steht in großer Verbindung damit. Aber auch, und das ist ganz tragisch, Diabetes Typ 1, diese Juvenile, diese Kinderdiabetes, die kann daher kommen, dass Autoantikörper gegen die Milchproteine versehentlich in der Bauchspeicheldrüse die B-Zellen angreifen, die das Insulin herstellen. Und dann werden die zerstört und dann gibt es kein Insulin mehr im Körper und dann braucht das Kind ein Leben lang Insulin. Also das sind alles Probleme, die bei der Kuhmilch herrschen. Die Kuhmilch ist nun mal einfach nicht wirklich gemacht für einen Menschen. Spannend ist, es gibt jetzt Alternativen zu Kuhmilch, zu den Kuhmilchprodukten. Da geht es jetzt los mit den wichtigen Infos. Das erste ist, was ihr machen könnt, sind Ziegenmilchprodukte. Die Ziegenmilch hat wie die Muttermilch zum größten Teil Beta-Lactoglobulin und ist von der Zusammensetzung der Muttermilch wesentlich ähnlicher als die Kuhmilch sein kann. Also das ist schon mal eine gute Alternative. Da gibt es einen sehr sehr guten namhaften Hersteller, das ist Bambinchen. Das kriegt ihr mittlerweile im Internet sehr gut, aber es gibt es auch in dem DM Drogeriemarkt. Also da kriegt ihr das Zeug her, das gibt es einmal für Babys von null bis bis sechs Monate und dann ab sechs Monate aufwärts. Ist geprüft, ist erforscht, also ist einfach funktioniert phänomenal gut. Die zweite Möglichkeit sind vegane Milchalternativen. Die gibt es einmal auf Sojabasis und einmal auf Reisbasis. Die Sojabasis kriegt man, beides kriegt man gut im Internet. Sojabasis kriegt man glaube ich auch bei ausgesuchten Reformhäusern und vielleicht auch in Apotheken. Die Reismilchbasis habe ich jetzt nur gefunden in Frankreich, en France. In Frankreich, da sind die mehr auf der Reismilch und da kann man zwar bestellen, auch online im Internet, ist kein Problem. Also das ist ganz entscheidend, Leute, lasst eure Babys in Ruhe mit der Kuhmilch. Die Kuhmilch ist tatsächlich nicht gut, ist nicht geeignet. Ihr gewöhnt den Körper daran was Falsches und ihr solltet von vornherein den Körper gar nicht erst an die Kuhmilch gewöhnen, dann kann sich euer Baby optimal gesundheitlich entwickeln, gedeihen, wachsen und quietschfidel werden. In dem Sinne, das war es von mir, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und kommt, besucht uns auf Instagram, besucht uns auf Facebook und ihr könnt, wenn ihr wollt euch eintragen zum Newsletter über unsere Website und in dem Sinne, liebe Grüße, ciao. Bis zum nächsten Mal.